Hey Freunde, heute mal ein etwas anderes Video, nicht so wie man es kennt. Ihr seht schon im Hintergrund ein bisschen was. Und zwar ist das hinter mir ein LKW, der randvoll schon bis oben hin beladen ist. Auf was kann das hinweisen, so ein LKW zu sehen, der randvoll beladen ist? Ich würde mal einfach sagen, auf einen Umzug. Ich dachte mir einfach symbolisch, mal ist es auch hier Minecraft, packe ich mir hier meine ganzen Sachen und stecke es im LKW. Denn ich werde umziehen dieses Wochenende. Meine neue Wohnung habe ich mir schon rausgesucht, schon alles, das ziehe ich jetzt hin. Und ich wollte euch einfach nur mal informieren, dass ich umziehe. Ja, das sage ich natürlich jetzt nicht nur, ich ziehe jetzt um. Ich sage mal, heute ist Donnerstag, am Freitag packe ich jetzt alles schon ein bisschen mehr zusammen und am Wochenende ziehe ich wirklich um. Und habe dann in der neuen Wohnung kein Internet für die nächsten drei Wochen, vielleicht auch vier Wochen, ich weiß nicht wie die Telekom da so ist. Und wollte euch einfach nur sagen oder informieren, dass dann bei mir auch erstmal nichts kommt. Und ich habe keinen Zugriff auf Internet und so, also so unsymbolisch jetzt hier auch. In Minecraft werde ich jetzt einfach hier noch die letzte Kiste reinpacken und dann hier einfach zumachen und dann fahre ich los. Ja, so alles gepackt. Ich mache mich jetzt auf in die neue Wohnung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann bis in drei Wochen, denke ich mal. Ich habe ja dann genug Zeit, mich auch hier im Kopf zu machen, wie es denn hier mit neuen Projekten weitergeht. Den Zoo, den lege ich erstmal auf Eis, weil ohne Internet habe ich auch keinen Zugriff auf Minecraft. Von daher muss ich mal gucken. Na gut, Freunde. So, dann steige ich ein und wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann.